Leon sitzt da die ganze Zeit, Digga, ich habe das gar nicht so realisiert, ich habe es erst im Nachhinein in der Wiederholung geguckt, guckt die ganze Zeit auf den Boden und spielt sich irgendwie ein bisschen an den Fingern rum. Was soll ich da machen, Alter, ich bin auch nur ein Mann. So, moin moin, einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, auf Twitch hat es doch eine sehr hitzige Situation gegeben. Und für die, die davon noch nichts mitbekommen haben, fasse ich einmal kurz zusammen, was eigentlich passiert ist. Also, der Livestreamer und YouTuber Knossi hat gemeinsam mit MontanaBlack eine Limousine gemietet und ein Fan von MontanaBlack wurde von MontanaBlack eingeladen, dieser Fan nennt sich Leon, bei dieser Limousinenfahrt dabei zu sein. Allerdings war auch die Freundin vom Leon dabei und hier hat sich dann eine Szene ereignet, also das Ganze wurde dann gestreamt, die ganze Fahrt über und hier hat sich dann eine, beziehungsweise hier haben sich dann mehrere Szenen ereignet, die dann dazu geführt haben, dass der Hashtag Free Leon entstanden ist. So, und wie es dazu gekommen ist, darüber müssen wir einfach mal reden. Es saßen mehrere Leute in dieser Limousine und genau zwischen Knossi und MontanaBlack saß eben die Freundin von Leon. Und nun hat es Flirts gegeben. Die Flirts gingen im Wesentlichen von der Freundin von Leon aus, aber auch MontanaBlack hat mitgemacht. Also MontanaBlack und die Freundin von Leon haben miteinander geflirtet und das live on cam. Und Leon saß schweigend quasi neben Knossi, der diese ganze Szenerie beobachtet hat, hat dann eher auf den Boden geguckt. Also man hat gemerkt, und das haben die Zuschauer auch gemerkt, dass er sich gerade in dieser Situation nicht wohl gefühlt hat. Und somit ist eben dieser Hashtag im Stream, also es haben über 30.000 Leute zugeschaut, somit ist dieser Hashtag Free Leon entstanden. So, und nun wird hitzig darüber diskutiert, wer hat sich hier eigentlich falsch verhalten. Hat sich die Freundin von Leon falsch verhalten? Hat sich MontanaBlack falsch verhalten? Ich glaube, eine Meinung, die können alle Leute teilen, dass einem wirklich Leon in dem Moment leidtun kann. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es zu einer solchen Situation überhaupt hat kommen können. Also die Freundin von Leon ist erst 18 Jahre alt. Höchstwahrscheinlich sitzt sie das erste Mal in ihrem Leben in einer so großen Limousine zwischen zwei so großen YouTubern bzw. Livestreamern. Und in der Schlussfolgerung ist es dann dazu gekommen, sie saß im Mittelpunkt, sie hat sich im Mittelpunkt gefühlt, sie wollte im Mittelpunkt stehen. Und dann sind eben diese Flirts passiert. Und MontanaBlack lässt sich da auch nicht lange drum bitten, darauf einzusteigen. Ich meine, MontanaBlack ist eben auch irgendwie MontanaBlack, damit könnte man sagen, muss man rechnen, dass so etwas passiert, weil er eben er ist. Und Leon hat dann natürlich traurig rüber geguckt, wo er gesehen hat, dass seine Freundin in die Offensive gegangen ist, dass MontanaBlack da auch drauf ein bisschen eingestiegen ist. Und das Ganze war dann für Leon selber, obwohl er derjenige war, für den eigentlich diese Fahrt bestimmt ist, sag ich mal, also der eigentlich eingeladen wurde, als Fan mit dazu zu kommen. Ja, war die Fahrt wohl nicht das Schönste, was er sich hätte vorstellen können im Nachgang. Was man sicherlich sagen kann, also hier wurden Fehler gemacht. MontanaBlack hat Fehler gemacht, das Mädchen hat Fehler gemacht und die Situation hätte so nicht sein sollen. Man sollte auch nicht anfangen, die Schuld hier nur auf einer Seite zu sehen, sondern quasi die Schuld, wenn man von einer Schuld überhaupt sprechen kann, liegt dann doch auf beiden Seiten. Das hätte so nicht passieren sollen. MontanaBlack ist deutlich älter als sie, er hat die Lebenserfahrung, er hätte erkennen müssen, dass sein Fan Leon, dass es ihm gerade nicht so gut geht in der gesamten Situation. Darauf hätte er eingehen können. Er hat selber davon gesprochen, dass er es erstmal gar nicht gemerkt hat. Er hätte es erst später gemerkt, als er sich diesen Stream noch einmal angeschaut hatte. Und das war vielleicht sein großer Fehler, dass er diese Situation so nicht erkannt hatte. Also im Wesentlichen müssen Leon und seine Freundin das Ganze miteinander klären. Und so, was jetzt die YouTuber und Livestreamer betrifft, das ist eine andere Sache. Da hätten die natürlich auch besser aufpassen müssen, dass so eine Situation nicht entsteht. Aber gut, im Nachgang sind sie sicherlich auch schlauer. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. capat her mit ihm. Und then?